Das ist eine Scheiße hier. Lauf endlich weiter! Super gut. Bitte nicht. Das ist doch Scheiße hier. Ihr müsst schon richtig schwingen. Sag mal, ey. Wie wäre es, wenn ihr die Scheiße einfach vergesst? Oder so? Jawoll! Motherfucker! Ja! 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 Und kommt nicht rein! Die Visum wurde abgelehnt! Was wir gerade nochmal ausgerechnet haben, ist ja, dass Frederic pro Welt offenbar zwischen 20 und 25 Leben braucht. Das wollte ich jetzt nochmal erwähnen. Ach, ihr überschätzt mich. Ich hab dich mal durch den Kopf gehen lassen, wie unfassbar viel das ist. Ich hab hier noch ein Leben organisiert. Ich bin ja immer völlig neben der Spur. Was ist aus deinen alten Herren Zielen geworden? Boah, die Stage hab ich aber echt mal gerockt bis jetzt, ne? Mein lieber Spur. 25 Leben pro Welt. Die Stage! Ich hab nicht vor dem Rest geredet. 25 Leben pro Welt. 충 ab. Der Alix schatzt mich diese farze. Um die Scheiß zu springen. Dieser verfluchte собänger! Du darfst auch scheißen�! Wow! Das kann ich alles haben. induk sich das an. David aus der Blase befreien, der isst gerade seine Pizza zu Ende. Das ist mir ein bisschen schwierig das. Ja, wir haben die Scheiße schon so oft gemacht. Warum kriegen wir immer noch so ein Install-Ding? Das ist Scheiße. Jawohl. Aber jetzt wollen wir ihn trotzdem. Das muss ich auch machen. Mit so einem Helm könnte ich das auch. Du hattest eben so einen Helm und hast es geschafft daneben zu fliegen, du Vollidiot. Was? Ich habe gar nicht. Hm? Nein. Kannst du nicht beweisen? Doch, ich habe es auf Band, du Idiot. Kannst du nicht vergessen, die Alte. Ja, danke! Danke! Ich habe aber in dieser Stage, glaube ich, noch kein Continuous. Auch wenn dir hartnäckig versucht wird, das wieder einzuleiten. You guys! Biss doch mal! Was zur Hölle? Welcher fucker war das denn? Ich habe sogar A gehämmer durch den Scheiß-Screen-Freeze, wenn ich wirklich die Blase gekommen bin. Was? Ich meine natürlich, ja. Oh nein! Was ne Scheiße! Ja, die war ein bisschen übel, ne? Mit den Abgründen und so, das ist immer Scheiße. Wenn man sich dann konzentriert, dann kommt da so ein gelber Toad an. Ich schmeiße dann einen Abgrund oder schiebt einer rein oder tritt einen in den Arsch oder springt auf einen raus. Fängt gut an hier! Du kriegst die Scheiße! Du kriegst die Scheiße! Was? Ich polkottier das hier gleich, Alter. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass die Items kommen. Dann kommt er nicht. Das kann nicht wahr sein, das wollte ich doch machen! Ja, aber... Schon ist mein Zweck gerettet. Oh Scheiße! Nein, nein! Ich seh das in dem Panzer und dann kann ich schon alles und dann spring ich in diese Kacke rein! Nein! Doch! Was? Ich mein natürlich. Du fucker! Das kann ja nicht wahr sein! Das kann ja nicht wahr sein! Frederic hat mir jetzt zwei Alten bisher geklaut, wo ich einmal tanze, jetzt bist du mein neuer Erzfeind. Da ist wieder seine eigene Lustigkeit. Ja, sicher! Da kommt der scheiß Mauro von hinten und mein Viech geht mir direkt würden. Du Arschviech! Ja, und schon wieder. Boah, Kotze! Sind das Kombos? Was? Ich mach mir ja nicht, mit mir kein Problem. Ich mach mir ja nicht, mit mir kein Problem. Fuck! Du bist doch ein Fucker! Du bist doch ein Fucker! Fremde Leute, Button drückender Arsch! Du bist doch ein Arsch! Neee! Mann, das ist das. Holy Shit! Fünf! Fünf, du Sau! Das sagst du nachvoll. Der nachgereichte Filz kam auch ganz gut, ey! Ja! Ich bin jetzt mal so nett zu euch und es gibt einfach mal die Stages, die wir euch brauchen. Ja, sehr nett. Ja? Ja? Cool! Wobei ich mehr Stages brauche. Also ich mein, Alex hat jetzt einen Puffer von neuem Leben. Mach diese Weiß wieder weg. Vielleicht krieg ich denn das noch weggearbeitet. Ah, schön! Ja, das sind die richtigen Stages dafür. Shit! Wo bin ich? Was? Ach, jetzt kommt der von oben. Das ist auch gezinnt. Gell! Sag mal, könnt ihr mehr aufhören mit der Scheiße? Ich glaub, ich geh mal wieder runter. Okay. Oh, geil. Oh, geil. Das war, äh, ich sag mal knapp. Oh! Das war von Taki Gales. Nein! Der zähl da drauf mit dem Höhlen, ey! Nein! Der Fisch! Das Überscheiß. Puff! Ja, nice! Ja, nice! Ja, nice! Ich liebe den Fisch. Den Fisch find ich echt cool. Da muss ich wirklich mal sagen, den find ich super geil, den Fisch. Was zur Hölle? Wie hab ich das überlebt? Ich weiß auch nicht, aber es riskiert mich schon. Ah, sorry. Ja! 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 Ich weiß nicht, wie ich das dringend bin. Äh, No offense. Ja! 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 mit dieser feige Arsch, ne? Was denn das Seelesta trifft, wenn er genau somitgespielt wird, ey! Da kann echt nichts einstecken, da hinten. Die ganze Zeit. Außer sie wenden deine Zinsen vor den Südländern und die Künder waren bitte. Ah, herrlich. Boah, das ist gerade irgendwie Selbstmord. Fuck you! Ja, nice. Puh! Das war so geplant. Du blöder Penner. War das auch so geplant? Ich weiß nicht, dass du's dir gekommen bist. Das ist shit, seriously. Ah, fuck. Ich muss diesen schönen Lebenspolster haben. Das ist unfairer Scheiße. Ja, das ist also, sorry. Fehlt die Sein beim Spiel. Kann einfach nicht sein so was. So eine weinerliche Bitch, ey. Schlimmer als meine Mutter. Und das ist ne weinerliche Bitch? Das Video kann ich mir immer zeigen. Fuck you! Nicht gegenseitig. Jawoll! Viel Leben, ey. Sind zwei ganze Kamele immer. Das sind zwei Jöcker.